So, da sind wir bei Outlast Whistleblower. Weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal am Ende gehört, über den Lautsprecher, dass wir in den Verwaltungsblock gehen sollten. Der wird gerade evakuiert. Gucken wir mal, ob wir da noch rechtzeitig ankommen. Den Kollegen kennen wir auch aus dem Hauptspiel. Und er macht im Prinzip genau das gleiche. Die Wände verschönern. Mach weiter, ist okay. Dann gehst du mir schon nicht auf den Sack. Wir sind auch, glaube ich, in dem Bereich angekommen. Ah ja, hier kommt man runter. Bingo. So, weil Leute, die das Hauptspiel gespielt haben oder das Let's Play für mich geschaut haben, solltet ihr auch wiedererkennen. Das ist euer Problem. Holy fuck, da ist jemand schlecht drauf. Entschuldigung, Pisser. Ja gut. Ihr seid mir relativ egal. Ihr seid in Käfigen und scheint auch nicht rauszukommen in absehbarer Zeit. Deswegen fuck you. Ich gehe. Moment, was habe ich das denn gelesen? Rick, das Golf in der letzten Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den früheren Tagen von Project War Rider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich und da es sich um Mitarbeiter oder nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivierung des morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Project War Rider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Und teile Krankheiten sind weiß Gott gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, gerr. Du willst doch nur Ladies untersuchen. Mit deinen langen, schweißigen Fingern. Ekliger Kerl. Gut, ich gehe mal hier lang. Die da hinten helfen wir nicht so wirklich weiter. Hey! Was? Okay, das war aber auch schon länger geplant, oder war das gerade eine Spontanaktion? Ich bin eigentlich ganz freundlich. Wenn du mir nicht auf den Sack gehe, ist... Na, wunderbar. Gut, gut. Wir sind da nichts anderes gewöhnt. Ich reg mich schon gar nicht mehr auf. Ich sehe aus wie ein Patient. Ich verstehe es ja. Oh, Batterien. Sehr gut. 5 von 5. Nice, okay. Was das angeht, sind wir auf jeden Fall erstmal ausgerüstet. Sollten wir uns keine Sorgen machen, dass wir in der Absehbarzeit im Dunkeln stehen werden. Ich weiß, dass ich in dem Bereich schon mal war im Hauptspiel, aber ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen muss. Oh, warte mal ganz kurz. Was zur Hölle? Ich höre irgendjemanden, die wir laufen. Äh, was? Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß, dass du nicht wirklich freundlich klingst. Oh, shit, faddy bum bum. Oh, crap, okay. Ich bin weg. Mit dem möchte ich nicht unbedingt in Barfight geraten. Ganz ehrlich, da bringt hier, glaube ich, niemand mehr der Barhocker irgendwas. Okay, ist nur der Vorhang. Alles gut. Wir sind immer unter freiem Himmel. Finde ich ja gar nicht so schlecht. Wobei, akquisierere sind wir trotzdem nicht. Au. Was zur Hölle? Ich glaube, ich habe mir einen Sack an der Lampe angeschlagen. Das kann ich schon verstehen, dass es ihm wehtut. Hier kann man nicht rein. Na schön, schauen wir uns mal oben mit Morphia. Auf welcher Seite wir auch immer gerade stehen. Ich kann nicht so wirklich den überblicken. What? Da war doch irgendjemand. Okay, wir scheinen auf jeden Fall nicht alleine zu sein. Klang wie irgendeiner von den anderen Insassen. Was? Wer ist wo? Niemand. Gar niemand. Okay, fliegen. Was haben wir denn hier hübsches außer Fässer? Nicht arg viel. Okay. Die Ecke ist relativ sinnlos. Nicht da rüberklettern. Na gut. Und dann auch da unten durch, wie es aussieht. Die Fliegen von dem Fetzen da? Das muss der stinkendste Fetzen aller Zeiten sein. Na schön. Lassen wir den Fetzen Fetzen sein und gucken, dass wir irgendwie unseren Kopf aus der Schlinge ziehen. What? Was soll ich nicht anfingern? Was ist denn her? Oh, es kommt von hier, glaube ich. Oh, fuck. Da lasse ich schön die Finger weg. Ich möchte nicht als Grillwürstchen enden. Ganz ehrlich. Hä, ja. Sollte mal ganz kurz nachladen. Anführungszeichen. Und dann hier lang gehen. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Nein, komme ich nicht rein. Aber immerhin. Moment. Töte uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns. Töte uns. Nicht so Depri. Kopf hoch. Ich kann ja verstehen, dass einem hier nicht wirklich die Sonne aus dem Arsch scheint. Aber. Komm schon. Es geht immer irgendwie weiter. Außer du bist fertig, bumm bumm. Dann verstehe ich es irgendwie. Der ist durch, Mann. Ach du Scheiße. Was soll denn der machen, wenn ich hier drin rumrenne? Wo zur Hölle bin ich eigentlich gerade? Ich habe mich total verlaufen. Oh. Sehr nice. Dankeschön. Die brauchst du eh nicht mehr wirklich. Also von da drüben komme ich. Das heißt, ich gucke mir jetzt den Bereich erstmal an hier hinten. Und schaue, ob ich hier irgendwie durchkomme. Sieht gut aus. Oh Gott, was ist denn hier? Schon geht es wieder rein. Hallo, jemand da? Das ist ja wirklich. Was machst du denn da? Holy shit. Oh. Oh. Komm schon. Alter, pack das Ding weg. Dazu sagt er aber auch absolut nichts. Dazu würde mir, glaube ich, auch nicht mehr so arg viel einfallen, wenn ich dann vor so einem Dumpf stehen würde. Was machen wir denn hier? Oh ja. Nice. Gut. Was? Das war wahrscheinlich der Strom, den ich jetzt abgestellt habe, um dann da hinten durchzukommen. Da oben ist auch immer drum gelatscht. Okay. Wo geht es nochmal zu der Ecke, wo der Strom war? Da hinten, glaube ich. Ah ja, bingo. Hör einfach nur geradeaus. Au. What the fuck? Brennende Lichter. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas normal ist. Irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mountain Massive kontrolliert. Aber nichts menschliches oder zurechnungsfähiges kann hier irgendwas tun, außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die vernünftige Leser. Du wirst mir sagen, ich sollte mich beruhigen und meinen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Nochmal ausschalten. Na schön. Machen wir das doch mal. Komm ich da her? Nicht so wirklich. Ah, doch. Doch, 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 doch. Da bin ich doch durchgekrochen. Hab mir nasse Füße geholt. Scheiße, okay, der Strom ist an. Klasse Sache, okay. Lass mal nochmal reingehen. Hat der Typ für einen Moment aufgehört zu wichsen und hat den Strom wieder angemacht? Dachte so, ey, das Kribbeln in meinem Ei ist weg. Das finde ich echt nicht gut. Ich hab extra den Draht in der Hand. Und dann sowas. Ich hab kurz vorm Kommen gestört vielleicht. Oh Gott, der wird Piss sein. Glaub ich. Was zur Hölle? Oh, okay. Masturbator 3000 ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ich muss recht sein. Oh, holy shit, da ist er ja. Was zur Hölle? Oh Gott. Okay. Ey, ist wirklich Piss. Es tut mir leid. Komm schon, du kannst auch weitermachen. Siehst du von hier, dass du noch einen Halbsteifen hast, wenn du in dem Herrens? Oh, das ist wegen mir. Komm schon, gib's zu. Muss ich nicht schämen dafür. Geh mal da rein. Ach, shit. Goddammit. Ich will zum Türen zumachen. Lass mal nicht die Tür zumachen. Fucker. Okay. Hier bleibt er draußen, wie es aussieht. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal aus der Gefahrenzone raus. Die wird zugemacht. Alter, hab ich einfach mal hinter mir stand. Ich hab ja schon erwartet, dass irgendwas passiert, aber nicht, dass er direkt einfach mal heiß in meinen Nacken atmet. Was ich jetzt nicht so geil finde. Was? Oh, ist der War Rider? Ich hör doch schon wieder eine War Rider. Ist abwechselnd kein cooler Skateboard, Bro. Der am rumflippen ist. Nope. War Rider ist hier serious business. Okay, sind wir jetzt wieder außerhalb, oder? So, da sind wir gerade. Hallöchen. Da sitzen überall die Typen rum. Den haben es nicht so wirklich viele rausgeschafft. Oh, woher geht's da rein? Aber ich will nicht in die Drecksbrühe. Komm schon. Wobei soll ich wissen, dass der Boden hier nicht mit Nadeln ausgelegt ist? Oh Gott. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich sehe da schon mal meinen Ausgang. Hallöchen. Leiter, 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 Leiter. Nicht mal in Ruhe planschen kann man hier. Komm schon. Ach, schön. Mal kurz eine neue Batterie rein. Jetzt will ich irgendwie in einem dummen Moment überrascht werden. Das müsste ich doch... Ja, okay. Wenn die Tür aufgehen würde, würde ich zumindest keinen Schlag kriegen. Aber es bringt mir nicht arg viel. Es wird Zufall, dass sie direkt wieder in die Batterie liegt. Muss ich hier rein? Oh ja, hier muss ich rein, wie es aussieht. What? Wer macht denn sowas? Okay. Das wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr daran. Die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit. Nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, manche zu hinterfragen. Das sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiße auf diesen verdammten Ort. Ich werde ja alles ausstehen, um hier rauszukommen. Das ist eine gute Einstellung. Wie immer positiv denken. Auch wenn der Typ recht offensichtlich tot ist. Und ich fast erschlagen hätte. Sonnenschein und gute Laune. Das einzige, was einen hier einigermaßen normal hält an so einem Ort, glaube ich. Was ist das denn? Aus dem Rad? Das ist schon wieder der War Rider. Also ich höhle ihn immer. Ich habe ihn aber schon eine Walle nicht mehr gesehen. Oh, oh, oh. Oh, shit. Das war knapp. Die Lücke habe ich ein bisschen zu spät gesehen. Okay, hier geht es raus. Nein. Hör mal. Mit dem Bauch gegen die Wand springen. Autsch. Das ist aber nicht so angenehm. Sollte auf jeden Fall kein Hobby von mir werden. Hier geht es raus. Gut. So viel dazu. Können wir das Gefängnis jetzt hin zu uns lassen? Ist das, was du mir sagen willst? Das sieht einfach schon mal ein bisschen anders aus. Wo geht es hin? Oh, ich schaffe es. Ich schaffe es. Oh, yes. Yes. Oh. Auch nicht so gut. Will ich darüber. Oh, shit. Au. Das tut weh, glaube ich. Von irgendwas durchbohrt worden. Alle Gliedmaßen noch dran. Können auch sehen. Okay. Dann ist alles gut. Halb so wild. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Okay. Wir sind auch nicht alleine auf jeden Fall. Wir sind ja nicht hier gelandet. Ohne Scheiß, Timmy, Mann. Wird erst mal erwachsen, bevor du über Mädels redest. Und lenkt den anderen weiter ab. Das machst du schon gut so. Bin ich hier richtig? Oh ja, hier bin ich richtig, glaube ich. Wie ist das Ding hier mal umgegangen? Was ist das denn? Ist das die Bibel? Ich glaube nicht. Das sieht eher aus wie ein Holzbrett. Ach, alles das Gleiche. Bibel, Holzbrett. Es ist schon ein interessanter Geschmack. Guck mal hier raus. Ah, unterm Tisch durch sogar. Echt jetzt? Das ist eure Lösung. Wir füttern ihm. Wir geben ihm eine Ziege zu essen. Und ja, schauen wir weiter. Wird schon. Wird schon. Kein Problem. Kann ich hier durch. Hier kann ich durch. Bräutigam also, ja? Ihr habt großes Vorwissen wie das sieht. Haben die bemerkt, wo ich bin? Oder? Das klang gerade so ultra nah neben mir. Oh. Das sieht irgendwie aus wie der Bräutigam. Weise Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber das ist einer der wenigen, der noch relativ normale Klamotten hier anhat, muss ich sagen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Langsam atmen. Hi. Sag ich doch. Ja. Richtig. Leise. Das habe ich ihm auch gesagt. Er hört nicht auf mich. Oh. Oh. Shit. Ratten. Oh. Die meinen mich. Das ist uncool. Das kann ich schieben. Oh. Komm schon. Wayland. Aus rein. Sehr gut. Sind die Monat? Ich glaube, die sind nicht mehr um uns her. Die haben wir relativ schnell aufgegeben, so wie es klingt. Sollen wir recht sein. Kann ich hier weiter gehen? Ich kann weiter gehen, aber ich... Ah ja, ich komme sogar raus. Schön. Ist das eine Leiter? Was? Ah, okay. Es ist keine wirkliche Leiter. Komm ich da weiter hoch, oder muss ich... Ich muss wahrscheinlich hier lang. Nein. Shit. Was für ein Chalupa? Was reden die denn eigentlich? Ich habe nicht wirklich Zeit, zuzuhören gerade. Da sind wir noch nicht ganz raus. Ah, sehr gut. Da haben wir die Tür umgangen. Geht's auch nicht raus. Hier irgendwo eine Möglichkeit. Vielleicht weiter nach oben. Ja, kein Scheiß. Weiter nach oben. Warte. Da ist er! Was denkst du? Oh, er wird... Warte, für einmal, wenn wir agree sind. Oh, was, 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 was? Ich bin kein Lämmchen und ich werde auch an keinen Bräutigam verfüttert. Der Typ hat sich eher hangen und hat wahrscheinlich keinerlei Hunger mehr. Deswegen macht's absolut keinen Sinn mehr, in der Erz zu rennen. Er... hat die Kräfte! Er hat die Kräfte! Ich sag's euch, Leute, spart eure Kräfte. Vielleicht können wir dann irgendwann mal eine richtige Ziege jagen. Ja, was mach ich jetzt? Mach da lang weiter. Okay. Okay, die Braut ist auch noch anwesend. Ist er genauso durch wie ihr, oder kann man mit ihr einigermaßen reden? Und, da sind wir hier reingeraten. Über eine Nähmaschine? Ist das Nähmaschine? Sieht so aus. Ist mir ein bisschen ruhiger hier unten. Ich fühle mich trotzdem nicht wirklich sicher, aber... Wir werden nicht mehr verfolgt, was schon mal ein großer Vorteil ist. Kannst das Schatten sein? Oh, shit! Was zur Hölle? Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes verunschaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich einer irreparablen Weise zu ändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen. Und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaubte. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich. Hast versucht, alles in einem Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Kannst du diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit, Dinge wurden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten. Einfach nur weil. Ganz genau. Ich weiß zwar nicht, warum man das da erschaffen will, aber... Okay, ich frage mal lieber nicht weiter nach. Ist das die Braut, von der sie gesprochen haben? Okay, Leute, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut rein. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass wir hier irgendwie unversehrt rauskommen. Bis dahin, haut rein!